Ähm... Kann ich die Klasse wechseln? Willkommen zu Episode 55 der Sims 4 Black Widow Challenge. Wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, ist heute Nemesis erster Schultag an der neuen Schule in Forgotten Hollow. Und wie es der Zufall nun mal wollte, ist nun auch das neue Pack draußen. Und wir können Nemesis gleich direkt in die Schule begleiten. Wir ignorieren einfach mal den Umstand, dass die Schule in Copperdale steht, weil die Schüler keine andere Schulen besuchen können. Das ist tatsächlich das Einzige, was mich so ein bisschen dran stört. Aber ansonsten finde ich es so cool, dass es passend zu diesem Ereignis rausgekommen ist. Wir stehen hier auch gerade schon vor unserem eigens ausgewählten Spind, nehmen uns gerade noch ein schönes Äpfelchen. Und ich habe gesehen, man kann die Spinds einfach mal dekorieren. Ich weiß, wir werden vermutlich nicht genug Zeit haben, um uns alle Dekos anzusehen. Aber ich versuchte einfach... Oh mein Gott! Okay, das ist auf jeden Fall schon mal nichts für unsere gute Nemesis. Dann versuchen wir nochmal die dunkle Akademie-Deko. Die könnte doch vielleicht besser passen. Die ist in der Tat so mit ein bisschen Nemesis-Flair. Dann haben wir noch eine schöne Gamer-Deko. Das ist nochmal die gleiche beim Spind daneben. Goth-Deko. Oh, die finde ich auch toll. Da ist immer so eine schwarze Katze unten dran. Wobei Nemesis ja eher so der Hundetyp ist. Dann haben wir noch Grunge-Deko. Die ist auch ganz cool. Die wird eigentlich auch zu Nemesis passen. Kawaii-Deko. Okay, die ist gar nicht für Nemesis. Sport-Deko, was auch gar nicht passen wird. Ebenso wenig wie Öko-Deko. No way! Und die Anime-Deko haben wir auch noch nicht gesehen. Okay, die ist auch richtig cool. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir mit Nemesis die dunkle Akademie-Deko nehmen. Und ich weiß ja, man sieht von innen dann auch so ein bisschen unterschiedliche Dekorationen. Oh ja, das ist cool. Das ist ein Vibe, der zu Nemesis passt. Ich wollte jetzt nicht alle Dekos nochmal von innen anschauen. So viel Zeit hätten wir auch gar nicht. Ich will auch nochmal anmerken, wie passend diese Schule für Nemesis ist. Ich meine, sie ist EA-typisch leer und liebelos. Aber sie ist Taki. Ist genauso wie Nemesis-Haare. Das heißt, das ist perfekt geeignet für sie. Ja, und sie ist auch super nervös hier an ihrem ersten Schultag. Frischt sich gerade noch ein bisschen vorm Spind auf, weil sie Angst hat, dass sie irgendwie unangenehm riechen könnte oder sonst was. Es ist ja wirklich das erste Mal, dass sie irgendwo die Neue ist. Und das ist nie ein schönes Gefühl. Und sie hat auch irgendwie die Sorge, dass sie ihren Klassenraum gleich gar nicht findet. Oh, sie huscht auch gerade nochmal auf die Toilette. Sie hat keine Ahnung, wie ihre Mitschüler wohl so sein werden. Es ist einfach alles neu, alles gruselig, alles anders. Und wir hoffen mal auf das Beste. Erzähl doch mal, habt ihr das neue Pack auch schon? Habt ihr es schon angetestet? Wollt ihr es euch noch holen? Oder seid ihr nicht so überzeugt? Ich freue mich, eure Meinung zu lesen. Ich habe dieses Mal kein Video zum neuen Pack gemacht, weil ich es tatsächlich erst seit dieser Woche habe. Also ich war ja genau in der Zeit, in der es rauskam, auch gar nicht im Lande. Und deshalb war ich auch jetzt voll... Oh no. No way. Das kannst du mir doch nicht erzählen! Als ob einfach... Terria in unserer Klasse ist. Wenn ich das planen hätte wollen, dann hätte das nicht funktioniert. Das kannst du dir halt nicht ausdenken, als ob Terria in unserer Klasse ist. Die werden sich zerfleischen. Ähm. Kann ich die Klasse wechseln? Oh mein Gott, das ist einfach so die ultimative Horrorvorstellung gerade hinter ihr. Sitzen einfach Malteria und Michael. Die beiden gefährlichen Unsterblichen sind mit ihr in der fucking Klasse. Dann einfach alle Teenies, die das Spiel findet, random in die Klasse gesetzt. Oder ist das jetzt wirklich krasser Zufall? Schreibt mir auch das gern in die Kommentare. Ich habe noch keine Ahnung, wie dieses Pack funktioniert. Ich habe es nur einmal kurz angetestet, um zu sehen, ob auch alles klappt mit einem anderen Spielstand. Aber jetzt gerade... Ich meine... Nee. Scheiße. Ich glaube, Nemesis ist das auch schon so ein bisschen aufgefallen. Oh Mann, ist Halloween. Geil. Ich glaube, Nemesis ist das schon... Oh. Ähm. Where are you going? Prüfung machen? Hä? Es ist ihr erster Schultag und sie muss eine Prüfung machen. Okay, das wirkt sehr realistisch. Ich glaube tatsächlich, dass sie einfach nur keinen Bock hatte, irgendwie zusammen mit Michael und Terria in einer Klasse zu sitzen. Ich glaube, das wird sein. Sie hat so Michael und Terria gesehen und hat sich so gedacht, no way tue ich mir das an. Ich muss hier raus. Vielleicht darf sie ja doch die Klasse wechseln, weil das ist definitiv keine Prüfung, meine Liebe. Es sei denn, du hast eine Prüfung im Computerspielen und dann wärst du an der geilsten Schule aller Zeiten. Hier neben ihr sitzt gerade Taku Akiyama. Der macht scheinbar auch eine richtig tolle Prüfung im Nichtstun. Ich bin so verwirrt gerade. Ja, sie durfte die Prüfung scheinbar unten machen, weil sie neu ist. Terria hat uns aber schon gesehen und Michael auch. Und Terria, die freut sich. Die lächelt auch ganz fies, denn die hat noch ein Hühnchen mit uns zu rupfen. Und unser Ziel wird es gleich mal sein, ihr aus dem Weg zu gehen. Ich habe das Gefühl, wir verstecken uns vor Terria immer in irgendwelchen Toiletten. Das ist aber trotzdem nicht ganz so der sicherste Ort, habe ich das Gefühl. Du kannst nicht dauerhaft im Keller bleiben. Vor allem, oh, sie hat gar keinen Hunger. Du solltest dich aber trotzdem oben raufsetzen. Wir wollen ja natürlich auch neue Freunde finden. Wir wollen nicht so allein sein, wie wir es immer waren. So, dann gehen wir mal hier nach oben und setzen uns einfach mal hier an diesen Tisch. Wir kennen nämlich noch niemanden. Und schauen mal, wer hier so rumläuft. Alles Leute, von denen wir noch nie irgendwie gehört haben. Und ich bin ja auch gerade... Och, das ist jetzt Michael. Das setzen wir so auf jeden Fall nicht dazu. Ich bin mir auch gerade gar nicht so sicher. Wo Terria... Okay, da ist Terria. Und da ist doch noch ein Plätzchen frei. Taku haben wir bei der Prüfung schon gesehen. Da mag er es aus irgendeinem Grund so gar nicht, obwohl wir noch nicht mal mit ihm gesprochen haben. Und hier hätten wir noch Savannah. Vielleicht ist Savannah ja etwas freundlicher gesinnt uns gegenüber. Ich habe Nemesis übrigens auch das neue Merkmal gegeben. Also sozial unbeholfen. Das passt nämlich so gut zu ihr. Und ich glaube, das wird es uns nicht gerade einfacher machen, neue Freunde zu finden. So, wir sagen mal freundlich Hallo zu Savannah. Sagen so, ja, hi, ich bin die Neue. Ich kenne mich hier noch nicht so aus. Wollt ihr mir vielleicht so ein bisschen erzählen, wie es an der Schule so läuft? Und Savannah scheint auch recht nett zu ihr zu sein. Und offensichtlich ist Nemesis socially awkward as hell. Oh Mann, kannst du dich normal verhalten? Oh, sie denkt sich gerade schon, was ist das denn für eine? Oh Mann, es wäre so typisch für Nemesis gleich mal irgendwie so eine urbane Legende von Vampiren zu erzählen. Wir tun nämlich so, als wären wir nicht in Copperdale, sondern in Forgotten Hollow. Oder zumindest, wir könnten auch sagen, Forgotten Hollow ist so klein, dass keine eigene Schule dort ist. Und Copperdale ist so die Nachbarstadt und deshalb gehen die alle dort zur Schule. Das macht doch Sinn, weil Forgotten Hollow ist wirklich nur so ein kleines Fleckchen auf der Landkarte. Und deshalb erzählen wir gleich mal so eine urbane Legende aus Forgotten Hollow. Und Savannah gerade schon so richtig zu dem einen. Oh Mann, was ist das denn für eine? Und die ist jetzt an unserer Schule, ich weiß ja nicht. Und dann wieder so an Nemesis gerichtet. Oh ja, was für eine tolle Geschichte. Ich habe so das Gefühl, Savannah ist nicht gerade so die ehrlichste Haut. Und wir haben schon gemerkt, die benutzen alle richtig gern Sozialhase. Und wir fragen Savannah gleich mal, ja, hast du nicht Lust? Wir könnten uns doch adden auf Sozialhase. Und Savannah ist nur so, ja, klar. Und innerlich denkt sie sich so, oh Mann, warum muss ich diese weirde, neue, ausgerechnet an uns dranhängen? Und es schaut dann auch wieder zu ihrem Kumpel da hinten, der sie nur so mit diesem Blick ansieht, ja, du warst freundlich zu ihr. Und dann ignorieren sie Nemesis auch so ein bisschen. Und sie steht dann auch auf und geht, weil sie schon merkt, dass sie hier an dem Tisch nicht so ganz erwünscht ist. Also sie kennt das ja auch schon von der Zeit in Hanford, als sie in der Grundschule war. Sie war immer so ein bisschen außen vor in der Klasse, steht jetzt auch hier bei dem Gruppchen und wird gerade von Noah angesprochen. Den hat sie da drin auch schon allein am Tisch sitzen sehen. Also er scheint auch so ein bisschen ein Außenseiter an der Schule zu sein. Also vielleicht ist er ja so ein bisschen freundlicher zu ihr. Oh Mann, sie redet gleich so, na, willst du dich mit mir anfreunden? Ich packe dir an Cupcakes. Oh Mann, Nemesis, I feel you. Es ist nicht einfach, Anschluss zu finden, wenn man irgendwo neu ist. Aber wir geben natürlich unser Bestes, damit sie auch die besten Chancen hat. Nein, wir breiten keine Gerüchte, das wäre kontraproduktiv. Stattdessen können wir ein bisschen freundlich zu ihm sein oder auch nicht, weil er geht einfach. Oh Mann. Oh, Nemesis ist auch schon gerade in der nächsten Klasse. Wir sind Terrier und Michael auf jeden Fall erfolgreich aus dem Weg gegangen. Aber sie sind auch wieder in dem Kurs mit uns. Ich habe das Gefühl, die sind einfach echt mit uns in derselben Klasse. Scheiße. Was haben wir jetzt für eine Unterrichtsstunde? Noch keine. Okay. Ja, äh, ich glaube, wir können mal einen verzweifelten Status posten. Und zwar übers Mittagessen eine unangenehme Story oder eine Stress-Stress-Story-Stress. Ich habe das Gefühl, am Druck zu ersticken und das Mittagessen ist der einzige Moment, in dem ich Luft schnappen kann. Und ja, so ähnlich könnten Nemesis sich gerade tatsächlich fühlen. Es ist halt einfach wirklich kacke, die Neue zu sein. Wie sie halt echt schon wieder in den Keller geht. Ich glaube, sie darf echt in den Keller Prüfungen schreiben, weil es irgendwie neu ist und noch keine zugewiesenen Prüfungsplatz hat. Zumindest sagen wir, dass das der plausible Grund dafür ist. Es ist aber auch voll weird, dass die jeden Freitag eine Prüfung schreiben. Wenn wir das an meiner Schule gemacht hätten, hätte ich mir die Kugel gegeben. Vielleicht sitzt ja wieder dieser eine Typ neben uns. Nö, dieses Mal sind wir ganz allein. Oh, sie geht ja auch ganz woanders hin. Wo gehst du hin? Duschen? Nein, du gehst bitte nicht duschen. Oh mein Gott, in das Wochenende gehst du duschen? Du musst zu deiner Prüfung. Scheiße. Oh Mann, also es bringt sie ordentlich in Schwitzen, dass irgendwie Terria und Michael in ihrer Klasse sind. Ich würde mich mal beeilen, wenn du nicht am ersten Tag schon Probleme bekommen willst. Nachsitzen wäre jetzt nicht gerade auf deiner Bucketlist. Und wir hätten in der Mittagspause echt was essen sollen. Aber Nemesis ist einfach zu nervös, um irgendwas runterzubringen. Und jetzt rächt sich das, weil sie wahnsinnigen Hunger hat. Wie wir dann so verspätet reintrotten und die Lehrerin so, Na, haben sie auch endlich mal den Klassenraum gefunden? Ist ja nicht so, dass wir vorher schon da gesessen wären. Aber thanks for nothing. Die Prüfung ist endlich vorbei. Der Tag war anstrengend und die Fragen waren richtig schwer. Aber es ist vollbracht. Dank der schnellen Arbeit des Kenotron wurden alle Prüfungen ausgewertet. Und Ergebnisse sind da. Nemesis hatte einen harten Prüfungstag. Es sollte vielleicht mehr lernen. Ja, das war auch ihr erster Tag an dieser fucking Schule. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo neu. Und habt am ersten Tag eigentlich irgendwie so eine kacke Prüfung. Ähm, ja, und wie hat sie sich jetzt geschlagen? Gut, ihre Leistungen sind immer noch ausgezeichnet. Aber sie sollte mehr lernen. Nemesis will nach dem Tag eigentlich nur noch nach Hause. Aber natürlich wird sie auf dem Flur von Terria und Michael abgefangen. Terria gibt ihr gleich zu verstehen, dass das hier ihre Schule ist. Und wenn Nemesis hier überleben möchte, dann sollte sie sich besser an ihre Spielregeln halten. Und sie gibt ihr auch noch mit auf den Weg, dass sie sowieso besser generell tun sollte, was sie und Michael sagen. Denn die Vampire werden sie nicht ewig beschützen können. Sobald ihre Babysitter einen Moment nicht aufpassen werden, wird sie zuschlagen. Nemesis lässt sich davon nicht einschüchtern. Aber sie muss jetzt leider feststellen, dass hier Terria scheinbar die Queen der Schule ist. Also sie ist ironischerweise sogar im Cheerleader-Team. Also what the fuck. Es ist halt so dieses Klischee. Und das, obwohl ich nicht mal irgendwas gemacht habe. Das Spiel spielt mir mal wieder so in die Karten. Und Nemesis ist einfach nur verzweifelt. Sie hat keine Ahnung, wie sie hier an dieser Schule klarkommen soll. Wie sie hier überleben soll, wenn sie in der Hand der Unsterblichen ist. Terria und Michael würdigen sie dann auch keines Blickes mehr. Ich meine, sie ist die weirde Neue und die sind die beliebtesten Kids der Schule. Natürlich geben sie sich da nicht mit ihr ab. Und Nemesis geht dann einfach in die Cafeteria, bestellt sich was zum Frustessen. Denn nach dem Tag braucht sie jetzt wirklich was ordentliches im Magen. Was ist das? Kleines Mittagsmenü, okay. Ja, sie hat sich dann gleich das ganze Menü bestellt. Auch wenn das eher aussieht wie irgendwie so Play-Doh für Kinder. Aber lass es dir auf jeden Fall schmecken. Dahinten putzt schon der Schwulwart die Tische. Ich glaube, sie wird gleich rausgejagt. Aber beschissener hätte ihr erster Tag halt wirklich nicht sein können. Nirgends hat sie Ruhe vor den Unsterblichen. Nicht mal in der Schule, wo früher Normalität war. Unangenehme Normalität. Aber dennoch Normalität. Wo sie einfach abschalten konnte. Sogar bis dahin verfolgen sie jetzt diese ganzen absurden Geschichten. Sie will einfach nur einen Tag normales Leben als Teenager haben. Aber scheinbar ist das zu viel verlangt. Und Sportak ist Cheerleading. Natürlich gehen wir da hin, wenn Terrier der Haupt-Cheerleader ist. Nee, wir gehen jetzt nach Hause. Nemesis hat einfach keine Lust mehr. Sie hat die Unsterblichen getroffen, die ihr nach dem Leben trachten und ihren Schulalltag wahrscheinlich zur Hölle machen werden. Sie hat nur seltsame Leute kennengelernt, die nichts mit ihr zu tun haben wollten. Sie ist als die weirde Neue abgestempelt worden. Also beschissener hätte der erste Schultag einfach nicht sein können. Ja doch, weil sie nicht irgendwie die Treppe runtergefallen wäre oder so. Ja, als sie wieder nach Hause kommt, sieht es hier ein bisschen anders aus. Die Deko ist weg. Die Hühner sind wieder hier. Also ihre Mutter hat hier ordentlich die Sachen wieder aufgebaut. Und ich glaube, sie geht jetzt auch erst mal mit einem Huhn hier ein bisschen, ja, geht das Hühnchen nochmal füttern. Und dann kannst du es umarmen oder kannst du es nicht umarmen? Kontakt knüpfen? Umarmen, ja genau. So eine schöne Hühnchenumarmung. Denn nach dem beschissenen Tag braucht sie jetzt einfach ein bisschen soziale Interaktion. Und sie hat das Gefühl, ihre Mutter wird nicht gerade die beste Person dafür sein. Nein, sie ist auch irgendwie gar nicht gewillt, ihrer Mutter zu sagen, wie kacke erst der Schultag war. Ich meine, sie hat sich so sehr gewünscht, nach Forgotten Hollow zu ziehen. Und jetzt ist irgendwie alles einfach nur furchtbar. Och Mann, die Umarmung des Hühnchens hilft so ein bisschen. Aber auch nur bedingt. Und sie ist auch angespannt und traurig. Und es ist einfach so ein Scheißtag. Vermisst abzuhängen, weil keinen Kontakt mit Freunden hat. Oh Mann. Und eine niedrige Punktzahl auf die Prüfung. Es geht ihr einfach so kacke. Aber durch die Hühner geht sie ein bisschen besser. Wenigstens etwas. Und dann geht sie auch wieder nach drinnen. Begrüßt ihre Mutter, die ihnen einen viel besseren Tag hatte. Ich meine, Cherry hat einfach mal ein komplett neues Styling ausprobiert. Hat sich wieder in Schale geworfen. Und hat es tatsächlich auch ein bisschen wohnlicher und gemütlicher hier gemacht. Hat aufgeräumt, die Sachen repariert, die kaputt waren. Ja, Cherry fragt sie natürlich gleich ganz begeistert, wie ihr Tag war. Erstmal begrüßt sie sich mit einer Umarmung. Und Nemesis, die lässt das natürlich alles über sich ergehen. Die will sich nichts anmerken lassen. Auch wenn Cherry sie fragt, wie ihr Tag war, sagt sie nur, super. Und Cherry, die freut sich voll und umarmt sie gleich nochmal. Und Nemesis ist erstmal super verwirrt, warum Cherry so gut drauf ist. Aber sie blüht richtig auf, seit sie wieder hier sind. Und auch deshalb sagt Nemesis, dass alles toll war. Sie hat auch schon ein paar neue, nette Klassenkameraden kennengelernt. Sie bringt einfach nicht über das Herz jetzt zu sagen, dass Michael und Terry ja bei ihr in der Klasse sind. Das würde Cherry gerade einfach nur aufregen. Und das würde wieder Drama reinbringen. Und wahrscheinlich würde sie am Ende sich dann auch noch aufregen, dass Nemesis sie überzeugt hat, hierher zu ziehen. Weil im Endeffekt sind sie vor gar nichts geflüchtet. Also Nemesis war ja eigentlich nicht so begeistert darüber, dass Caleb so abweisend war. Vielleicht will er es auf die Art wieder gut machen. Jetzt wohne es ja auch in Forgotten Hollow und er ahnt vielleicht, dass es nicht so einfach ist. Und tatsächlich könnte Nemesis es auch gebrauchen, jetzt mit jemandem zu sprechen. Deshalb wird sie mitgehen. Und er fragt uns auch gleich mal, wie war denn dein erster Schultag hier? Und Nemesis, die drückt erst so ein bisschen rum und sagt dann so, ja eigentlich war es ziemlich beschissen. Und ich glaube, ich habe ein riesiges Problem. Und Caleb fragt dann erstmal so scherzhaft, ja was ist denn passiert? Hat ein Schwarm eine andere? Und Nemesis, der ist aber gar nicht nach Lachen zumute und sie sagt, nicht ganz, aber ich habe zwei Unsterbliche in meiner Klasse. Und Caleb ist da natürlich sofort Ohr und will mehr wissen. Und sie sagt, ja es sind Terria und Michael. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Terria und Michael, die sind irgendwie die beliebtesten Kids der Schule. Terria hat mich auch schon bedroht. Hat gemeint, wenn ich nicht nach ihrer Pfeife tanze, dann wird sie mir das Leben zur Hölle machen. Und ich kann es Terri nicht sagen, weil dann wird sie sich beschweren, dass wir wegen mir hierher gezogen sind. Und Caleb ist natürlich eine super Hilfe, weil er einfach abhaut. Das ist echt nett von dir. Excuse me, ich rede dir mal meine Probleme und du gehst ein paar Körbe werfen? I hate you! Caleb rät ihr dazu, erstmal ruhig zu bleiben. Solange sie in ihrem Schutz steht, werden sie es nicht wagen, irgendwas zu tun. Er kann sie allerdings nicht davor beschützen, dass sie im Schulalltag gemeint zu ihr sind. Aber Nemesis sagt auch, dass sie ihr angedroht haben, dass sie sie aus dem Weg räumen werden, sobald die Vampire einmal unachtsam sind. Caleb sagt aber, das wird hier nicht passieren. Ganz Forgotten Hollow ist in Alarmbereitschaft und sie wollen hier nur Angst machen. Sie soll erstmal wirklich die Ruhe bewahren, beobachten, wie sich die Situation entwickelt. Und ansonsten können sie immer noch handeln. Und das hilft Nemesis jetzt nicht. Das macht sie eigentlich sogar ziemlich wütend, weil es nicht passt, dass sie immer wieder in so beschissene Geschichten reingezogen wird. Und sie sagt zu Caleb, ja, ich will aber nicht abwarten. Ich will endlich wieder ein normales Leben haben. Und er kann mit ihren Ausbrüchen jetzt auch nicht so gut umgehen. Und deshalb rät er ihr, wenn sie sich unwohl fühlt, dass sie am besten einfach wieder nach Hause gehen soll. Oh Mann, das ist ja jetzt ein bisschen rumblödelt. Das macht die Sache, glaube ich, nicht besser. Er sagt ihr, dass sie da auch nicht so viel drüber nachdenken soll. Sie soll lieber ein bisschen das Fest genießen. Und dann geht ihr auch schon seine eigenen Wege. Denn er hat sie ja hauptsächlich hier eingeladen, damit sie mal ein bisschen was sieht hier. Und ja, lässt ihr dann auch ihre Ruhe hier quasi. Aber sie hat gerade so gar keine Lust, allein unterwegs zu sein. Und nein, nein, nicht Mallory. Ach, come on, nein. Die sind halt einfach überall. Und die hat einfach mal einen Baseballschläger mit Stacheldraht dran. What the fuck, Lillifang? Da würde ich mich halt auch unwohl fühlen, wenn ich Nemesis wäre. Es ist einfach echt nicht ihr Tag, ihre Woche, ihr Monat, ihr Jahr, ihr Leben. Ich glaube, Nemesis hinterfragt gerade wirklich, dass sie hierher nach Forgotten Hollow gezogen sind. Am liebsten will sie sich einfach nur zu Hause in ihrem Zimmer verkriechen. Und ich glaube, da wird sie jetzt auch gleich hingehen. Ich dachte gerade kurz, da hinten wäre schon wieder Terrier. Aber zum Glück ist sie es nicht. Weil dann hätte ich die Krise bekommen. Und dann hat sie uns offiziell verfolgt. Wir haben jetzt auch Betten für beide. Davor hatte ja nur Cherry hier ihr Zimmer. Aber jetzt hat auch Nemesis hier ein kleines Reich. Wie gesagt, wir konnten nur die Sachen benutzen, die auch schon hier waren. Der Schrank stand hier schon. Und das sind Möbel, die sie mitgenommen hat. Auch ihren Teddy hat sie mitgenommen, ihren Traumfänger. Und hier hat sie den PC, den sie bekommen hat mit dem Stuhl. Und den Tisch, den hatten sie hier auch schon im Haus stehen. Das ist, wie gesagt, keine große Änderung. Vielleicht werden sie sich in Zukunft noch ein paar neue Möbel bestellen. Das ist noch ein bisschen anders gestaltend. Aber erstmal mussten sie wirklich mit dem arbeiten, was da ist. Und in Nemesis ist sie auch schon kurz vor einem Ohnmachtsanfall. Und Cherry tanzt hier ab. Also die sind hier wirklich beide komplett unterschiedlich gerade. Die gehen beide komplett unterschiedlich mit diesen Veränderungen um. Das sieht einfach so cool aus. Da unten jetzt da stehen unsere Uhren. Die werden so richtig schön von den Kerzen beleuchtet. Und Cherry war natürlich bei den Uhren. Das ist ihr Lieblingsspot da unten. Ich glaube, Cherry tut es so gut, wieder hier zu sein. Aber dieses Sozialhass und Scheißding nervt man nicht mal ein bisschen. Also ich finde es einerseits so witzig, aber es ist zugleich auch so unnötig und nervig. Wer hat da Geburtstag? Cherry? Oh mein Gott! Okay, also wir spielen auf langer Lebensdauer. Und ich hätte nie gedacht, dass sie jemals Cherries Geburtstag mehr rückt. Aber gut, ihre Kinder, die sind halt auch schon Teenager. Da muss sie auch mal eine Erwachsene werden. Und das war es tatsächlich auch für den heutigen Part. Für Nemesis war er sehr ereignisreich. Und ich bin immer noch schockiert, dass Terria und Michael einfach beide in ihrer Klasse sind. Jetzt haben wir erstmal zum Glück Wochenende. Da kann sie sich von diesem Schreck ein wenig erholen. Aber am Montag, wenn sie dann wieder in der Schule ist, wird sie ihnen nicht mehr aus dem Weg gehen können. Denn dann schreibt sie keine Prüfungen mehr. Dann muss sie am normalen Unterricht teilnehmen. Und dann muss sie auch wirklich mit ihnen in der Klasse hocken. Und irgendwann zwangsläufig auch mit ihnen in Kontakt treten. Und sie bekommt dann auch die Auswirkungen davon ab, was es heißt, mit beliebten Kids verfeindet zu sein. Wird auf jeden Fall keine schöne und leichte Zeit für Nemesis. Ich hoffe aber sehr, dass euch dieser Part dennoch gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und jeder Daumen nach oben für dieses Video ist wie immer auch ein Daumen nach oben für Reginald, das beste Glas der Welt. Und bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Zeit. Tschüss! 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 Tschüss!